Hallo Hei, hao Hei, Kühner mit der Zeit für den Kollegen Rosecoe und unser kleines Indie-Horrorspielchen. Ich bin mit der Zeit The Clock Strikes 25th Hour. Oder so ähnlich. Ich schau gerade mal The Clock Strikes 24th Hour. Die Uhr hat die 25.Stunde geschlagen. Es gibt aber keine 5h. Jetzt wird die Unity Engine gemacht, man sieht, es sitzt immer ein Auto drin. Nice, nun fahren auf ein Haus drauf zu. Schickes Auto haben wir auf jeden Fall. Laura, was ist dieses Ort? Das ist ein guter Haus. Emma, schau dich um. Er ist ein bisschen die Emma. Da ist er dunkel. Leute, es ist hier total dunkel. Ich sehe überhaupt nichts... Ah, jetzt habe ich eine Flashlight. Da sitzen Leute, die alle smilen. What the fuck? Die lachen alle. Äh, mysteriös. Jetzt können wir mal in den Raum hier gehen. Ist das crazy oder ist das nicht crazy? Verschlossen. Die Leute sind weg. Ich gehe mal auf die andere Seite. Sieht aus wie so ein Wohnzimmer, ne? Kann ich hier was aufmachen? Ne. Eine Couch ohne was? Scheiße, Mann. Was? Im Badezimmer, so einen großen Fernseher. Geil. Kann ich aber nichts tun. Durchspülung, schau da. Überall Wasser drin. Ein Bild mit Smiley. Also ein Gesicht. Da hinten ist eine Tür. Was? Was ist denn das für... Ach, die ist eine Box? Die ist so eine Art Schrank oder was? Hallo? Jesus Christ. Ich gehe mal durch die Tür. Ich gehe mal durch die Tür. Ein Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer für zwei Leute. Oder halt... Hä? Entschuldigung. Wir haben einen Key. Wir haben einen Key gewonnen, Leute. Ich gehe aber erst auf die andere Seite. Hallo? Der hat einen... Der hat einen... Der hat einen roten Key. Ich habe so ein Spiel schon mal gespielt. Der hat einen T rappel. Der hat einen Schlafzimmer und den hat den der Ausgang der Tür. Ich frage erst gar nicht, wer das ist. Der hat einen Gericht. Wir gehen jetzt da rein. Und schauen, ob man durch die verschlossene Tür kommt. Äh. Habe ich ne Inventory? Ist immer noch verschlossen. Ich hab zwei Schlüssel gefunden und ist immer noch verschlossen. Mysterious. Da oben läuft einfach. Seht ihr das? Oh, what? Er guckt mir, wo haben wir? Hallo? Darf er das? Wir können nicht springen. Darf er das? Ich glaub nicht, oder? Er haut mir da mit dem Hammer voll auf die Mütze. Was zum Teufel geht hier vor? Was hab ich ihm getan? Ist er blöd im Kopf, oder was? No. Das jetzt... Blöde? Meine Maul ist weg. Ich probier's nochmal. Meine Maul ist weg. Ich hab jetzt einfach auf gut Glück gedrückt. Wo haben wir den Schlüssel gefunden? In dem Schrank. Ja, what is this place? Das frag ich mich so langsam an. Das ist gut aus. Jo, geh fort. Am I look around? To my YouTube. So, hier war der Schlüssel drin. Ich bin mal gespannt, ob die... Ob alles... Nein. Man muss also wirklich alles von... ... ...muss also wirklich alles so machen, wie... ...wie gewünscht. Ansonsten funktioniert das nicht. Oder war der Schlüssel hier drin? Ja, schade. Locked. Wo war der Scheiß-Schlüssel? Wissen wir das noch? Ich nehm' mehr. Hier war ja kein Schlüssel. Man muss also wirklich alles... ...nochmal durchsuchen. Und dann kriegt man vielleicht einen Schlüssel. Oder auch nicht. Jetzt pass auf. Jetzt mach ich hier wieder auf. Ne, hier war auch nicht. War hier der Schlüssel drin? Hier war der Schlüssel drin. Du Depp. Wir nehmen den Schlüssel. Wir nehmen den Schlüssel. Gehen auf die andere Seite. Kriegen den Schlüssel. Und jetzt ist aber der Schlüssel weg. Das heißt, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Lassen uns nicht die Mütze polieren. Hauen ab. Gehen hier rein. Schauen, ob irgendwo es ist. Hauen ab. Gehen auf die andere Seite. Um irgendwie diesem Drecksack hier zu entkommen. Wir haben den nächsten Schlüssel. Er hat uns nur einmal geschlagen. Der Penner. Das ist schon mal gut. Wir sind tot. Wir müssen das Spiel verarschen. Ja. Leute. Ihr könnt es gerne selber euch runterladen. Selber spielen. Downloaden. Wie immer die Video beschreiben. Ich habe es bei. Ich glaube bei Itch.io gefunden. Ich weiß es nicht. Das war um jeden Fall. The Clock Strikes 25. Fifth Hour. Ich bedanke mich für euch für Susanne. Ich freue mich, wenn du wieder einschalten würdest auf dem großen Kanal. Bitte bewährt doch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Und wenn es noch keiner braucht, dann wird das Skript drücken. Press die Headband. Und wenn es auf den Kanal anzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Good night. Bye bye.